Ja Gleich auf Gold gestoß So sehr schön Das ist das hier Ach das sind Lebewesen Hier so komische Ja Sind wohl Lebewesen Boah das sieht ja cool aus So eben Da kam so ein bisschen Komische Schnee entgegen oder so So das ist Gesundheit Ja Ähm Genau Mal gucken Komm mal hier so ein bisschen Nitrat Zeug ab damit wir dann Später uns Nachschub holen Ich hab eben eine Beutelarfe Irgendwie abgebaut Mit einem Gold gegeben Sehr gut Ach unser Wally ist auch schon da Hier ist ein bisschen was Ich bin gerade am gucken Hier sind wir hier angekommen Warte mal hier ist nochmal Gold Könnte mir vorstellen Dass es in die Richtung hier geht Ja hier geht es in die Richtung glaube ich Äh Jetzt muss ich nur mal Ich denke mal auch in die Richtung Sollten wir buddeln oder so Genau Es sieht auf jeden Fall so mega sandig aus Das Ganze Oh ja Da kommen schon Viecher Ich verschwende natürlich wieder meinen Stoß hier Aber okay Ich habe genug Nitra haben Genau Dann müsste das auch funktionieren Diese komischen Blüten haben wir noch nicht gefunden oder Nee ich glaube nicht Ja zurück ist bis jetzt eine ruhige Mission aber mal gucken Genau Ich weiß noch gar nicht ob man die unbedingt abbauen Äh umbringen muss die an der Wand hängen Das sind so komische Pilzformen oder so Ja ich baue nicht unbedingt Das ist wirklich eine Sehr ruhige Mission gegenüber den anderen Bis jetzt Ja wobei stand es dies schon herausfordernd Also ne wo wir gestartet haben Wahrscheinlich wird es ja noch richtig abgehen Oh da ist so ne Blüte Gesundheit voll das ist schön So ich hole mal unser Wally Ja Warte drei Pflanzen haben wir Aber nur nichts von dem was wir eigentlich finden sollten Ja das stimmt Oh was ist das denn Waldspieler Ist heute eigentlich auch Fußball Ja gestern Heute Abend auch glaube ich Ich glaube 18 und 20 Uhr oder so Zwei Spiele müssten glaube ich heute sein Gestern war sehr interessant Österreich Italien Italien ist ja der Favorit gewesen Und man hat gedacht Ach die Österreicher haben keine Chance Und dann ging das noch in die Verlängerung Das war mega ein mega Spiel Ja war richtig spannend Ja war richtig gut Letztendlich hat Italien dann gewonnen Auch verdient gewonnen Aber war halt sehr sehr spannend War echt gut So ich muss mal So ein bisschen was abbauen Ja der Tipp wurde eben eingeblendet Dass wir auch Granaten haben Das stimmt Jo super Ich bestelle uns mal kurz Nachschub ne Weil ich habe keine Schüssel mehr Jo Ja ich hab ihn Also Ich hab ihn Sob so Laht Ich hab ihn kletter ich hier mal hoch ich würde uns hier schon mal weiter hier kann man schön weiter krabbeln braucht man kein seil dann kann man so hoch klettern ja leute es ab das ist schön nein jetzt kommen sie wieder von wo sie kommen ja von links oder rechts wally kommt angelaufen bis jetzt sehe ich kann okay dann kann ich hier nochmal gold abbauen wenn wir auf dich zukommt dich ärgert sagst bescheid ja jetzt kommen sie auf jeden fall ok ja ja super aber die könnten auch mal ein bisschen loot da lassen oder so ja das ist natürlich immer ein bisschen doof dass da nichts gibt ich bin hat mich von hinten angegriffen hinter mir wo hinter mir frau uns ist auch noch wer ach du scheiße überall ja wo ja ich glaube jetzt haben wir's ja ich glaube jetzt haben wir's es geht aber tief hier runter ja 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 da ist jetzt ruhe ich hoffe der rückweg ist genauso angenehm das hoffe ich allerdings auch hier kann man ja bis jetzt immer nur schön laufen ja auf jeden Fall gibt es ja lebe das ist gut Das schöne Gold. Ich weiß gar nicht, diese dicken Viecher, ob man die unbedingt umbringen muss oder ob die einem was tun. Ich weiß nicht, bis jetzt sind sie nur im Weg irgendwie, ne? Ja. So, noch ein bisschen schönes Nitra hier abbauen. So, ich gucke mal, dass ich hier weiterkomme. Oder brauche ich mich wahrscheinlich gar nicht hochschießen. Ja. Ja, oft kann man echt einfach so hoch rennen. Hm. Können wir uns hochschießen müssen, so? Ja, ist schon witzig gemacht. Also ich wusste echt sagen, es ist... Ah, ist auf jeden Fall nice. Auch mal eine ganz andere Spieleidee. Ja. Man kloppt auf irgendwelchem Scheiß rum und schießt. Norm freut sich. Sehr gut. Sehr gut. Umanit. Umanit ist auch gut. Oh, ich höre irgendwas Großes. Oh ja, ich sehe hier den Durchbruch langsam. Es geht nach unten gleich. Oh, es ist hinter uns, das große. Oh. Oh. Mach's. Oh, es gibt ja zum Glück Leben. Ja, das ist gut. Okay, bei mir sieht es noch nicht ganz so böse aus, aber... Wer weiß, für was es denn mal gut ist, ne? Das stimmt. Oh. Sehr gut. Viele Pflanzen. So, ich hole nochmal... Schauen wir mal, ob das Nitra noch ausreicht. Hier reicht nicht aus, schade. Jetzt hätte ich uns nochmal einen bestellt, hier. Ja, ich bin auch ziemlich platt mit... Nachschub, ne? Ja, mit Munition. So ein bisschen Gold noch unterwegs abbauen. Hm. Alter, wie die mal sprechen. Right now, right here. Ja. Ja, schön, mach Sitz. So, die Apoka-Blüten sehen schon ganz gut aus. Ja, ich habe auch noch eine gefunden, gerade. Ah. Vielleicht finden wir auch irgendwo noch Nitra, dann könnten wir nochmal Nachschub bestellen. Oh, das wäre ja ideal. Ich glaube, da ist Nitra. Warte mal, ich habe ein paar Licht. Oh, ja. Ah, da kann ich mich mal hochschießen. Ja. Bestimmt. Ja. 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 So, Nitra 20. Wäre ich nur 20 Nitra? Das ist ja schwach. Da könnte ich mich auch hochschießen, theoretisch. Ich habe ein Pack von Glyphod-Petorians auf einer Intercept course. Get ready. Get ready. Oh. Oh. Oh, well. Petorians engaging. Let'em have it. Oh. Da kommt ein bisschen was Größeres. Oh, ja. Oh, ich bin gestorben. Oh, scheiße. Dankeschön. Jo. Wir waffen jetzt überhits. Okay, ich muss schon einen Moment lang schließen ach du scheiße noch so ein dicker hier eine granate mehr ist ja bei mir ist die waffe waffe über hits 0 33 habe ich jetzt wieder hingefallen aber okay ich habe ihn mit der spitzhacke im park gegeben ich glaube ich bin auch gleich tot geht auch ganz gut zumindest seine an nicht erwischt ja das stimmt er hat mich ein bisschen anhand die wiederbelebung oh ja wie kannst du das reinpacken ja genau dann können wir jetzt wieder bestellen ich bin auch komplett auf null und ist dass er die energie auch gleich wieder mit auflädt ja jetzt sind wir wieder ausgerüstet ja gut das war schon hardcore jetzt gerade ja muss ich mal gucken welche richtung muss man jetzt überhaupt ich glaube hier wo ich bin gerade um ja genau da gibt es wieder so eine wand die kann man durch durchschlagen das war echt knapp gerade also ich war auch schon fast das war nicht schon wieder und fällt der denn immer runter das weiß ich auch nicht das ist ein bisschen blöd gemacht also ich finde mit meiner komischen pistole mit der ich mich so hoch ziehen kann das ist viel praktischer als dieses ding was du hast ja absolut so da ist zack dann bin ich ja wir können bald wieder nachschub bestellen ja weil ich habe immer nur so sechs schüsse äh ne vier schüsse oder so und dann ist die waffe schon wieder fast alle ja da ist niedrig zack wie bei walheim kann tropfen überlassen so mal schauen ob wir ja wäre nicht schlecht wieder so ein bisschen nitrat zu sammeln dann könnten wir weil ich glaube sonst ach hier oben kann das zeug hier müssen wir schaffen abzubauen scheiße jetzt habe ich ja spinnwebe vom kopf ja genau die spinnwebe reingelaufen ach du bist beim morgkitz schon dran ja 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 und das zeug dann würde ich sagen stelle ich mal walli komm her komm her ich bin da ja ich bin da ja ich bin da Sehr gut Aber schon in den Hintern schießen, dann sterben die voll schnell Achja, das haben wir ja auch, da kann man sich ganz schießen . . . . . Was ist das? Noch so einer Sehr gut Ja Und jetzt ist ammo alle Mit dem das Gefühl Dass mich irgendwas nur angegriffen hat Also wenn die explodieren Dann hinterlassen die manchmal so ein komisches Zeug Was einen hinterher noch verletzt So Säure oder was weiss ich Okay jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Morkid Und dann haben wir es Oh da ist ein Raiders Da ist nämlich jemand da dran Nein Oh 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 Das war's. Das wird natürlich blöd, jetzt wenn wir raus müssen und du hast keine Seilzüge mehr, oder? Mhm. Gucken, wie viel habe ich denn noch? Einen habe ich noch. Ich kann ja mal gucken, ob wir noch einen Nachschub bestellen können. Wo wird denn eigentlich unser Nitra angezeigt? Äh, rechts. Achso, Nitra, nee, das ist ja, ich glaube, eigentlich nur, wenn du den, äh, zu Molly gehst. Mhm. Oder was du bei Molly reinfüllst, aber, warte, ich muss mal was abliefern bei ihm. 63 Nitra haben wir. 63, da fehlt ja nicht mehr viel. Nee. Aber trotzdem, ich sehe hier keins. Mhm. Vielleicht ist auch echt dieser eine Charakter nicht schlecht, der so Plattformen bauen kann. Ja, den würde ich auch besser finden. Aber da gibt's Nitra, aber da kommst nur du mit deinem Seilzug dran. Ja, warte mal, ich guck mal, wo du bist. Ist 3,2 Meter unter mir, okay. Ja, ich glaube, du bist zurückgelaufen, ne? Oh, ich seh dich, ich seh dich, komm gleich. Ja. So. Gucken wir mal, was wir da so schönes finden. Das schöne Nitra. An der Decke. Ah, das wird der goldene Schuss. Super, und dann kann man ja Nachschub holen, sozusagen. Dann fütter ich nochmal Wally und dann... Ja. ...ist das eigentlich reichen. Ja, wir brauchen halt nur, ich komme auch nicht an diese Morkid-Dinger ran. Oh, ich bin umgefallen. Für Falschhahn. So viel Prey gespielt, der hat keinen Falschhahn. Hast du noch, äh, von diesen Haken? Ne, ich bin bei Null. Okay, okay. Ne, reicht immer noch nicht. Echt? Wie viel fehlt noch? Ist Gold. Äh, ich denke mal noch so 10 oder so, gar nicht mehr so viel. Das sind noch 73 Nitra, also sieben Stück. Was, sieben noch? Okay. Okay. Hier muss man mit seinen Ressourcen echt haushalten, ne? Auf jeden Fall, ja. Ah, hier ist noch Morkid, ja. Ja, ich versuche es gerade abzubauen, ist gar nicht so einfach. Okay. Okay. Komm mal. Ich guck noch mal, ob ich hier das bisschen abbauen kann, noch. Ne. Kann man das vielleicht runterschießen? Ich glaube nicht. Ne. Oh, oh, die Viecher kommen. Soll ich mal den Knopf drücken? Jo, mach mal. Du kommst, du hast ja kein Ding ins Meer, ne? Keine. Oh, Schackes. Es gibt ja auch kein Leben mehr, so wie ich das sehe. Ne. Aber wir werden sehen. Ja. Warte mal, vielleicht komme ich da doch hin. Oh, ich bin umgekippt. Kannst du mich wieder belegen? Jo. So geht's mir auch mal. Wenn der noch runterfällt. So, dann können wir ja hier folgen dem Zeug. Ab geht's. Das sieht ganz gut aus. Vielleicht kommt man da so raus. Das wäre ja ein Traum. Ja, vielleicht hast du ja recht gehabt, dass, äh, man kann richtig schön raus einfach. Ja, das wäre optimal, gerade wenn, wir sind ja auch mal so wunderschön runtergefallen, ne? Also, einfach immer nur runter und, ich fand, wir haben da gar nicht so mega viel gegraben, aber. Genau, ja. Okay, weiter geht's. Yo. noch naja naja ich gerade noch um wem gekümmert was meinst du hier hoch jetzt kann man dir ein bisschen was runtergraben jawohl ja jetzt weiterhin Ding marscheln auf den glühenden Arsch Ab geht halt durchrennen so kommst du jetzt hoch jetzt bin ich da war echt nur Glück wenn wir es schaffen vielleicht schaffen wir die Mission ja ist auch noch Energie so dann so lange ich und euch hochkommt die sind drin das ist ja nice alter auf jeden Fall das ist ja das nenne ich mal Highlight jawoll darauf brauche ich jetzt mal einen Schluck Wasser wie sie da anstolziert kommt